Lange an der Umwelt hat man sich bedient, für ein tolles Leben und damit man Geld verdient, doch langsam setzt das Verständnis ein, dieser Planet ist dann unterliegen, im Versuch zu retten, was kaum noch zu retten ist. Mit dem Klimaschutzpaket, das den Namen nicht verdient. Paket, Paket, Klimaschutzpaket, Paket, Paket, Klimaschutzpaket, Paket, Paket, Klimaschutzpaket, Paket, Paket, Klimaschutzpaket, Paket, 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 Klimaschutzpaket, Paket, 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 Klimaschutzpaket. Angela Merkel hätte zum Ende ihrer Amtszeit noch zu einer echten Klimakanzlerin werden können. Mit dem Klimaschutzpaket, das den Namen nicht verdient. Mutlos, kraftlos und visionslos. Gutlos, taktlos und visionslos. Gutlos, wagtlos und erst schonlos. Sportlos, sagtlos und so schamlos. Paket, Paket, Klimaschutzpaket, 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 Paket, 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 Klimaschutzpaket. Mutlos, kraftlos und visionslos. Furchtlos, machtlos und nicht harmlos. Wutlos, taktlos und nicht schadlos. Wutlos, hasstlos und ist schadlos. Paket, Paket, Klimaschutzpaket, Paket, Paket, Klimaschutzpaket, Paket, Paket, Klimaschutzpaket, Paket, 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 Klimaschutzpaket. Paket, Paket, Klimaschutzpaket. Und sie hat gefragt, warum handelt ihr nicht? Wie könnt ihr es wagen? Und niemand wollte es ja sagen. Paket, Paket, Klimaschutzpaket. 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 Und sie hat gefragt, an welchem Ende habt ihr nachgespart? Für unsere Umwelt und unsere Welt tut ihr sicher nichts. Wie könnt ihr es wagen? Warum lügt ihr uns ins Gesicht? Paket, Paket, Klimaschutzpaket. Paket, Paket, Klimaschutzpaket. Und deshalb ist endgültig der Zeitpunkt gekommen, dass die Staatengemeinschaft wirklich die Klimakrise anpacken muss, denn sonst hat die Jugend, die zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen ist, eine wirklich schwere Zukunft vor sich.